Man hat es nicht das ganze Jahr. Vom Seben hast du es dann auch wieder schön, wie man es hat. Und mein Ziel ist dann mal selber auf die Alp gehen und auch mein Geld verdienen. Ich bin jetzt seit ich zwei Monate alt bin, bin ich im Sommer immer zu alt gegangen. Ja, wenn ich gewachsen bin, gehe ich etwa noch. Das Beste ist der Bock, das macht ja auch die Jungen. Wenn es gerade da wunderschöne Blumen hat, kann ich nicht wieder stehen, um das Blumenstrisse hinzubringen. Wir gehen gerne zurück zu unseren Leuten ins Tal. Früher ist es ein Abschied von der Alp, weil man nie weiss, ob man es nächstes Jahr umgehen darf. Ja, ich würde es definitiv vermissen, wenn ich noch mal in die Alp. Ich gehöre einfach dazu. Das ist mein Leben. SWR 2022